Ja, hallo Freunde der Spiegel-Tour und willkommen zum V-Log am Sonntag. Und zwar geht es heute darum, kommende Let's Plays, Weiterführung, bestehende Let's Plays, Reisen, Virtuality und so ein Kram. Also wir fangen einfach mal an mit dem ganz offensichtlichen, es wird weitergehen mit City Skyline. Wir haben den Stream schon gehabt eigentlich dafür, was das LP weiterführt, beziehungsweise nicht das LP weiterführt, wir machen eine neue Stadt ohne Graden. Also mit viel Kurven. Es ist bis jetzt echt schön geworden im ersten Stream. Wir werden heute Abend an der Stadt weiterbauen. Ich freue mich schon drauf, denn ich bin gerade zu Hause eingetrudelt, muss jetzt noch ein bisschen Ordnung machen. Da kommen wir aber nachher zu, wenn es zum Thema Reisen geht. Das Zweite ist, ich habe natürlich auch mitbekommen, wie viele Leute das XCOM LP mit Freuden verfolgt haben, ob es jetzt durch meine emotionale Mitbeigabe oder durch meine Kustomierung oder sonst irgendwas der Fall war, dass so viele Leute sich das gerne anguckt haben, wird es auch mit XCOM nochmal weitergehen. Wir werden den höheren Schwierigkeitsgrad anpacken im Iron Man Modus, also ohne Nachladen. Dann gibt es auch keine Diskussion. Und werden versuchen, die Welt auf ein neues zu retten. Das alles ab Mittwochabend im Livestream. Genau Uhrzeit könnt ihr dem Sendeplan im nehmen, der auch in der Beschreibung hier unten drin ist. Dann kommen wir zum nächsten Punkt, nämlich dem Punkt Reisen. Man merkt, ich bin heute relativ schnell dabei. Ich muss nämlich wegen den Reisen heute noch ein bisschen bügeln und ein bisschen waschen, damit ich auch was mitnehmen kann, was ich tragen will. Für mich geht es morgen Mittag nach England, wo ich auf den Community Manager UK, glaube ich, von Creative Assembly treffen werde. Wir werden zu einem noch geheimen Ort gefahren, wo wir dann ein noch nicht veröffentlichtes und von relativ wenig Gameplay-Informationen gespicktes Spiel online, nicht online spielen werden. Aber ich darf es vor Ort spielen. Und so viel ich weiß, darf ich auch aufnehmen. Also bringe ich am Mittwoch, wenn ich zurückkomme, einen richtigen Packen an Videomaterial mit, den ich dann versuche, so schnell wie möglich aufzubereiten, dass ich euch Donnerstag, ich glaube sogar in Deutschland, fast exklusiv als einziger Let's Player aus Deutschland, Bilder zeigen darf zu diesem heiß erwarteten Titel in der Strategie-Szene. Ich glaube, jetzt habe ich es so ausgedrückt, dass ich niemals den Titel sage und nur den Publishern, also weiter. Ihr könnt euch denken, worum es geht. Ich bin sehr gespannt und freue mich schon darauf. Vor allem, weil ich drei Tage in England sein darf und es bestimmt cool wird. Ja, last but not least, weiß ich schon gar nicht mehr, was der letzte Punkt war und sonst irgendwas wahrscheinlich. Einmal an dem Punkt auch nochmal, danke, super Entwicklung in letzter Zeit auf dem Kanal. Auch wenn ich jetzt die Tage nicht da war und ein bisschen ausgechillt habe, vor allem dieses Wochenende gerade, weil vor dem Urlaub, beziehungsweise bevor ich irgendwo hinfliege und so weiter, mache ich dann meistens noch sehr viel Ordnung und kläre so noch ein paar Sachen, damit ich auch ein paar Tage weg sein kann. Dann guckt auch mal jemand hier vorbei. Ach, jetzt fällt mir das Thema ein, was ich da ansprechen wollte. Virtuality. Ja, wie manche schon von Facebook wissen, ich bin ein glücklicher Käufer beziehungsweise Vorbesteller der Oculus Rift. Danke erstmal an alle da draußen, weil dank euch kann ich mir das überhaupt leisten, dass ich die Oculus Rift in der ersten Version überhaupt bestellen kann. Deshalb ist das wirklich ein Privileg für mich letztendlich, dass ich da auch in der ersten Versendung drin sein werde. Ich habe jetzt die Tage nochmal mit dem Support da gesprochen, beziehungsweise weil ich hatte aus Versehen zweimal bestellt und das kann sich kein Mensch leisten, jedenfalls ich nicht. und werde dann Anfang April die Oculus Rift in Händen halten für den Endkonsumer. Ich habe ja die DK2 auch hier liegen, die mir schöne Magenschmerzen bereitet hat manchmal. Aber ich freue mich schon auf die finale Version und ich hoffe, 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 dass es mich so wegflasht und es richtig geil ist und versuche dann auch irgendwie technisch das alles aufzunehmen beziehungsweise mal gucken, wie das funktioniert wird. Und ja, könnt euch auch schon mal darauf freuen, werde ich videotechnisch natürlich auch angehen. Ja, Hitbox sind wir ganz nah an den 1000 Followern. Ich kann nur hoffen, dass der ein oder andere vielleicht, der zur Zeit nur so folhaut, vielleicht sich mal entschließt bei Hitbox zu registrieren und den Follower-Button zu klicken. Vorteile sind dann eigentlich nur, dass man eine E-Mail bekommt, wenn ich online gehe oder wenn man die App nutzt, kriegt man halt eine Notification, eine Push-Nachricht auf den Display, damit wir die 1000 noch knacken, die Tage. Und sonst ist eigentlich alles super, würde ich sagen. In dem Sinne, genießt die Tage. Videos sind vorbereitet für die nächsten drei Tage. Das muss ich auch gleich noch machen. Und in dem Sinne werde ich mich auch gar nicht vermissen, bis wir dann Mittwochabend, ich sag's nochmal, XCOM 2 auf einen höheren Schwierigkeitsgrad im Iron Man Mode spielen werden und den nochmal richtig schön in den Arsch treten. Bis dahin, Tschüle, genießt den Sonntag noch. Euer Doc. Heute Abend ist natürlich auch Stream. Bis dahin, Tschüle, genießt den Sonntag.